weiter geht's mit dem obsidian abbau damit wir hier unseren kleinen tunnel fortsetzen können ich habe das gefühl dass wirklich nicht das letzte lavabecken sein wird wir hier ausheben weh dann lasst er wieder nicht was hinter der wand sein im kürze ich hat er jetzt irgendwie nicht gut das lassen wir erstmal noch toll danke geht doch okay 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 da wird auch was aus der wand kommen nehme ich mal an oder auch nicht das sieht ganz gut aus und hier kann man bestimmt auch schon wieder erinnern klatschen nicht das war jetzt auch nicht so das war okay 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 so gucken wir mal jetzt müssen wir natürlich ein sicherheitsblock platzieren so gehts auch Das war's. Das wird uns jetzt wahrscheinlich auf beiden Seiten passieren. Ach, das ist eine Scheiße. Oh, da hab ich ja keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Scheiße, ich muss jetzt eigentlich alles hier noch ausheben wieder. Da wird auch was rauskommen. Das ist eine Scheiße. Hey, hey, hey. 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 Hey, hey. Hä? Geht doch. Wollte schon sagen, warum find ich die nicht? Das klappt ganz gut. Wollte. Das war's. Na toll, muss ich hier wieder rein. Das war's. Erstmal was futtern. Es sieht so aus jetzt, ob wir die Lava. Das war's. Das war's. Ich sag jetzt nicht, das geht jetzt weiter. Leck mich fett. Das war's. 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 Dreck! Ich hab keine Erde mehr. Noch ein bisschen Kies, den können wir noch vorbereiten. Aber ansonsten müssen wir uns dann einen Nachschub holen. Toll und ich dachte wir hätten sie gepackt ey. Du scheiß Ding ey! Man, es ist doch zum Kotzen. Okay, machen wir in der nächsten Folge weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann! Mhm.